Der Team von Martin Schein mit dem deutschen Freilich-Meister aus dem Vorjahr, Julian Kreuz. Auf der Wahl der Team von Martin Tränen, hier starten Sebastian Fickel. Hier haben wir SC Magdeburg mit Matthias Lübner. Bei der Leitung von Martin Tränen, hier starten Nils Löcher. Bei der Bahn 2 von Martin Tränen, Michael Ahrmann. Und auf der Bahn 1 gestartet, jetzt verloren mit Stephen Müller. Und wir haben SC Magdeburg mit Stammel auf 4.200 Meter, der Männerfeld. Auf die Bahn, auf die Bahn, auf die Bahn, auf die Bahn! Stammel ärhör! Stammel ärhör! Stammel ärhör! Eine Woche, wo wir vorhin noch einmal auf die Anzeit gekommen sind, dass wir hier oben entgegen sind, in Deutschland 1,23 Euro und in Deutschland schalten wir ab. Als wir uns von den europäischen Musik in Richtigkeit kommen, wo wir uns mit dem Gipfel jetzt von den 1,21 Euro haben, wo wir hier oben sind. Wir wollen uns jetzt schon abgesetzt. Es ist auch eine Mitzeit der Regina-Wertel 2001, 4, 20, 2, 7. Morgen, der Länger. Heute weg, du auf den Vizemeister über zwei, der Ausstrahl-Wertelkampf über zwei. Untertitelung des ZDF, der Länger. Heute weg, du auf den Vizepräsidenten, der Alexander Genko. Wir sind in unserer Vizepräsidenten, der weistste Vizepräsidenten aus dem Vizepräsidenten aus dem Vizepräsidenten.